Es gibt eine coole Blueskneipe in Berlin und das Beste ist Rockradio. Sendet live von dort aus, immer dienstags von 18 bis 20 Uhr. Speuches Abend wie Kneipe, in Lübs wie Schwast. Mehr Informationen unter rockradio.de Guten Abend liebe Gäste an diesem schönen Herbstabend zu unserer neuen Lesereihe. Viele wissen es, dass jeden Dienstag bei uns diese Sendung mit rockradio.de stattfindet, hier in Speiches Rock und Blues Kneipe in der Raumer Straße, hier in Prenzlauer Berg. Und die Lesereihe ist relativ neu und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir einen sehr bekannten Künstler heute hier haben, der Wolfgang Kohlhase, heute bei uns zu Besuch, der den meisten von uns überwiegend bekannt sein sollte durch sein Schaffen als Drehbuchautor, man würde sagen knapp an die 20 Kinofilme und viele andere Arbeiten und über einen langen Zeitraum, über mehrere Jahrzehnte einige zu erwähnen. Ich war 19, Berlin, Ecke Schönhauser, Solo Sunny, Der Bruch, auch ein wichtiger Film, aber auch nach der Wende, wenn man das so sagen darf, zum Beispiel Die Stille nach dem Schuss oder Sommer vor dem Balkon, auch ein ganz großer Kinoerfolg. Und heute wollen wir aber nicht in erster Linie über die Kinofilme sprechen, da kommen wir später bestimmt noch dazu, sondern es gibt ja auch mehrere Bücher, die hier auch zu sehen sind und es wird heute gelesen. Das begrüße ich, Bastian Voss. Hallo, hallo, freue mich. Ja, Bastian Voss, Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin, Sprecherin und heute... Autorin. Bitte? Autorin. Autorin, da wäre ich noch dazu gekommen und heute auch Vorleserin und wir werden über die Bücher sprechen, über... Naja, auch über die Arbeit mit Schauspielern, mit Regisseuren, also... Ja, und da sind wir schon am Anfang, denn das eine Buch, der eine Band um die Ecke in die Welt über Filme und Freunde beinhaltet viele Miniaturen, Skizzen über Kollegen, Weggefährten, aber auch über das Filmische schaffen und so, daraus... Damit fangen wir an und da stelle ich einfach mal schon, ja, könnte man mit einer Frage schon mal reingehen, Herr Kohlhase, und zwar, weil wir ja schon über das Übergreifende gesprochen haben, wie war, wie nah war Ihnen als Filmemacher der Westen in den Jahren der DDR? Ja, da muss ich, glaube ich, ein bisschen zurück im Leben, wenn ich darüber nachdenke. An die Zeit, als ich ohne besondere Ansprüche ins Kino ging, ein Abenteuer für 40 Pfennig. Da, wo man wohnte, verbunden mit der immer erneuerten und nie ganz aufgegebenen Hoffnung. Man könnte den Grund entdecken, weshalb man unter 14 nicht reingelassen wurde. Aber die Geheimnisse blieben, lange Zeit Geheimnisse. Aber so habe ich gesehen, was es im Kino gab. Ohne eine besondere Erwartung, nur mit der Neugier einmal in der Woche oder so. Meine Mutter gab mir diese besagten 40 Pfennig, andere hatten 60 Pfennig. Und was mich dann kränkte oder auch mir leid tat, wenn ich wegen Mangel an 20 Pfennigen einen Film nicht sah, den meine Freunde sahen, dann nicht, weil ich den Film nicht gesehen hatte, sondern weil ich Montagfrüh nicht mitreden konnte, wenn der Film nochmal durchgesprochen wurde. Was mich wesentlich später auf den Gedanken brachte, dass Kino eben Kommunion ist und nicht Meditation. Kino geht weiter und wird nicht vergessen. Die wirklich guten Filme hören mit dem letzten Bild nicht auf, sondern sie erzählen ein Thema und eröffnen eine Frage. Ein guter Film. Und andere Filme gehen verloren. Kann man doch sagen, warum nicht. Muss nicht alles aufgehoben werden. So war ich ausgerüstet. Und als ich ankam wie eine ganze Generation von Kindern meines Alters bei dem letzten großen Nazifilm Kohlberg. Bei Kohlberg mit Heinrich-George und mit erlesenen, routinierten Schauspielern sollte die Stadt nicht an die Franzosen übergeben werden. Und gemeint war aber, es sollte überhaupt nicht kapituliert werden. Und das zielte auf die 16-, 17-Jährigen. Das war sozusagen die Auffrischung einer Moral, die es eigentlich nicht mehr gab. Denn irgendetwas stimmte nicht. Es stimmte im Leben nicht, im Krieg nicht. Es stimmte auch im Kino nicht mehr. Irgendwann verloren die Dinge ihren Glanz. Die ersten Jahre während des Krieges ging ich in die Filme, wo immer drei gutaussehende Offiziere Urlaub hatten und fuhren noch schnell bei der Bord vorbei. Und sie fuhren auf dem Wege von der Front, wo sie siegten, im Westen an die Front, wo sie auch siegten, im Osten. Sie siegten immer und hatten kleine Katzen in der Arm, die sie streichelten, bis sie nicht mehr siegten. So, dann verschwanden die Flieger eigentlich auch aus dem Kino. Aber zu den Erinnerungen gehört, dass man immer, wenn ein Film, den man sich so um 8 Uhr ansah, 8,5, 9, 9 in Berlin, dass man in den Fliegeralarm geriet. Das lief der Film und dann fiel eine Klappe, die irgendwo klack machte. Und dann jaulte die Musik und lief aus. Und dann kam der Mann, der das Kino bediente und sagte, wir bitten alle Anwesenden, einen geeigneten Schutzraum aufzusuchen. Und dann kam der entscheidende Satz, Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Und so habe ich ein preußisches Drama mit dem Titel Affäre Rödern, manche Dinge merkt man sich fürs Leben, ob es nicht viel Sinn macht, habe ich sechsmal gesehen, bis ich wusste, dass der König Unrecht hatte in diesem Falle. So, und dann kam etwas Merkwürdig, das kam das Kriegsende. Und die nach Berlin einrückenden waren erst die Russen, dazu kamen die Amerikaner, dazu kamen die Engländer, dazu kamen die Franzosen, und alle brachten ihre Filme mit. Die Armeen hatten ja so eine Art Kulturabteilung offensichtlich und brachten ihre Filme mit. Und so konnte ich entdecken, sie hatten uns nicht nur die Welt verschwiegen, sie hatten uns auch die Filme der Welt verschwiegen. Und die Welt, die sich ja mithilfe der Filme entdecken ließ, und die russischen Filme waren seltsam, das waren Filme aus den 30er Jahren, also das war offensichtlich so die frühe Stalin-Zeit, aber es waren nicht die klischierten Geschichten, die später üblich wurden. Es spielte immer eine wilde Musik, die man noch nie gehört hatte in der Art. Es fuhren diese kleinen Maschinengewehre mit Handwagenrädern, und die Filme hatten ein Pathos, aber ein anderes, als ich es kannte bis daher. Und so hießen wir aus Kronstadt, oder Charpaev war ein Film, wie ich ein halbes Leben später von Conny Wolf hörte, hat er ihn auch sechsmal gesehen, aus anderen Gründen. Weil Charpaev stirbt im Wasser, in den Salven seiner Verfolger, und bei den sechs Jäden in Moskau wiederum hielt sich das Gerücht, es gibt noch einen richtigen Charpaev, mit einem anderen Schuss. Es gibt den besseren Charpaev, der wird aber nur selten gezeigt, und da ertrinkt er nicht, sondern er rettet sich. Also die Sehnsucht, die Hoffnung auf ein gutes Ende, ist eine kindliche Sehnsucht, aber auch eine Kino-Sehnsucht. Das gute Ende darf nicht leicht verweigert werden, aus irgendwelchen modischen Gründen, oder weil man sozusagen mit gutem Appetit trotzdem ein Pessimist ist. Sondern so, dann war ein, die Engländer brachten so Boulevard-Komödien, die Amerikaner brachten riesige Autounfälle und Gangster. Eine andere Welt tat sich auf. Und dann verging ein Jahr, und dann dachte ich, jetzt habe ich den schönsten Film der Welt gesehen. Und das waren Kinder des Olymp. Ein Film, der nicht aufhörte, aber auch nicht aufhören sollte. Er ging immer noch weiter und ging weiter. Wie ich später wusste, man manches von vorher nicht wusste, das ist ja, so ist ja das Leben dankenswerterweise. Aber die hatten, ein Teil der Filmleute, die in Paris arbeiteten, wo man arbeiten konnte, die Besatzung war nicht überall gleich. Der Krieg hatte überall ein, auch anders gefärbtes Gesicht. Und damit diese Kollegen, die an diesem Film mitwirkten, als was auch immer, nicht in die Arbeitslager fahren mussten, wohin man sie verpflichtete, wurde der Film immer länger. Die Drehbuchleute schrieben immer noch ein Stück ran und sagen, dann sind die beiden wieder, bleiben hier. Diese Szene schützt zwei Leute. Also nehmen wir sie, machen wir sie auch so. Aber es war ein wunderbarer Film. Und dann kam der erste deutsche Film. Und der hatte einen Titel, der mehr war als ein Titel, der ein Programm war eigentlich. Ein Blick, ein Blick auf die Gesellschaft, der Film hieß, die Mörder sind unter uns. Und den dritten Stauder, ein Mann, der auch im Krieg schon gedreht hatte, aber in dem Sinne war es auch für ihn eine Art erster Film. Und in diesem Film wurde für Peter Deva eine Mauer, der auch gleich Berlin in Stücken da lag, wurde trotzdem eine Filmmacht, mit der man noch kleine Spiele machen konnte. Und die stand dann jahrelang in der Deva, wurde immer wieder benutzt, eine Ruine, eine falsche, echte Ruine. Und durch diesen Film ging ein später weltberühmtes Blond aus Deutschland und hieß Hilde Knef. Es war also der erste von der Hildegard Knef. Und sie kam, sie schwebte durch diesen Film, durch den sich das Publikum wiederum verfolgt, verarmt und ratlos durch diese Impfstraße bewegte. Ich habe dann später gedacht, wie wenige sind so, mit so viel Schönheit aus einem Haftlager gekommen. Wahrscheinlich kaum jemand. Aber mit der Knef kam ein Licht, ein anderes Licht. Und in dem Sinne war es so nicht gewesen, aber doch so gewesen. weil es begann eine andere Zeit. Und der Film mit seinem Titel, auch seinem problematischen Titel, gehörte dazu und war und blieb. Obgleich das Thema sich dann auch herum inszenierte und mehr Filme gemacht wurden, war es die Erinnerung an die Knef, die lange gehalten hat. Und sie ging ja dann, wie man weiß, nach Amerika und kam wieder und hatte Fäule und Ärger, so wie das, und das war, die Mörder sind unter uns. Es gab die ersten Filme, die DEFA war die erste Gesellschaft, die eine Lizenz hatte, also sowjetische. Die Engländer haben keine Lizenz gegeben. Später ja, also das handelte sich dann um Wochen und Monate, aber die Russen hatten eine Lizenz, also gab es vier Männer, vier magere Männer in dunklen Anzügen, die eine Urkunde entgegen haben. Das gibt es als Film irgendwo. und dann gab es die DEFA und die DEFA war in Babisberg und viele dieser Leute wohnten auch in Babisberg. Das war der gute, inzwischen kaum noch wiedererkennbare Berliner Westen. Da wohnte man, da verdiente man sein Geld, da gab man es aus. und so gab es eine Filmgesellschaft und ich war in der Schule befreundet mit einem schönen Jungen, der wollte Schauspieler werden und wir beide lasen Gedichte gerne. Ich habe eigentlich Fußball gespielt und habe mich von Gedichten ferngehalten, aber es war ein zauberisches Alter so und und der ging und machte Komparserie für die DEFA. Lauter Dinge, von denen ich nie gehört hatte. Was ist denn das? Komparserie und machen die das umsonst oder kriegen die da Geld dafür oder muss man da irgendwas auswendig lernen und wie macht man das? und so und mithilfe dieses da machte ich auch zweimal Komparserie und man Komparserie ist rumstehen eigentlich. Man wortet lange Zeit. Später wusste ich, dass es auch bezahlt wird und zwar, dass es mit Kuchen essen kriegst du mehr als ohne Kuchen essen. Also Kuchen essen gilt als Spielhandlung. bei den Leuten, die die Honorare schreiben müssen. Und so wurde seltsamerweise der und zufälligerweise nichts in meiner Umgebung hatte irgendetwas mit Kino zu tun. Aber ich wurde so, hatte eine Idee wäre zu viel gesagt, aber eine Vorstellung ist in der Nähe von Kino oder von Zeitung oder ein Begriff wie Medien, sowas gab es ja gar nicht. aber kann man da mitmachen, kann man da mal klopfen und fragen und zu den großen und wahrscheinlich fürs Leben reichenden Erinnerungen gehört, dass man konnte klopfen und fragen. Wenn man, also es war eine Zeit des Anfangs. Noch in den 40ern war das dann. Ja, bis in die 40er hinein. Das war also nach dem Kriege, die späten 40er, die DEFA war die Die späten 40er, ja, es war eine Zeit des Anfangs und die DEFA war seltsam gemischt aus Dilettanten und Routiniers. Also die einen hatten schon immer Filme gemacht und hatten eine Idee, wie man das macht. Meist eine falsche, sage ich, von heute her gesehen. Und die anderen hatten die auch die Kameraleute kamen ja aus dem Krieg. Und zum Beispiel einer der später berühmten Kameraleute in der DEFA war Werner Bergmann und der hat 14 Filme mit Konrad Wölf gemacht insgesamt. Und die Filme spielten unter Umständen, von denen sie beide etwas wussten, nur auf zwei verschiedenen Seiten der Front. der eine war in der Roten Armee und das Kind von Emigranten, die in Moskau lebten. Und Bergmann war ein stolzer Dresdner Leutnant von 20 Jahren, der erfunden hatte, die auf der Kanone fest montierte Kamera. Die erlaubte es, ich rede darüber, aber der Krieg ist ja wieder fürchterlicherweise nahe geworden. Also man konnte mit dieser Kanone zielen und treffen und dem Schuss folgen. Und das machte ihn stolz, als er ein Leutnant war. Er verlor bei der Gelegenheit seinen Arm, weil er einen russischen Panzer übersehen hatte, der in einer guten Schussstellung stand. Also hat er sein ganzes Leben die Kamera auf einer Schulter getragen und wollte sich auch nicht helfen lassen. Hatte außerdem eine kleine Leica mit, mit der er ganz viele Aufnahmen machte. Und trotzdem machten die beiden Filme und manchmal sogar über den Gegenstand des Krieges. Also auch das waren Anfänge. Leute mit sehr verschiedenen Lebensgeschichten trafen sich unter anderem in Babisberg oder auch an den Theatern in Berlin. Und dann war ich bei der Zeitung, das war wunderbar, im Sinne der Zuständigkeit, in die man sich versetzt hat. also sozusagen hat man sich auch selbst dramatisiert, wenn ich musste dann die Mittwochabend Ausgabe abzeichnen. Also was falsch war, war falsch und blieb falsch. Aber es war ein großes Gefühl, wenn ich das nicht gut mache, dann hat die Zeitung kein Fehler oder eine Macke. Und ich ging dann weg von der Zeitung und kam in die Dramaturgie der DEFA. Ich habe mich da beworben und ich wusste gar nicht, es ist wirklich nicht auf den Lacher gezielt, wenn ich das erzähle. ich wusste wirklich nicht, was Dramaturgie überhaupt ist. Ich wusste Dramaturgie ist im zweiten Stock. Aber da saßen sie. Aber keine Ahnung, was die machen. Und ich wurde da Assistent und wir kriegten eingesandt. Viele Leute schicken bis heute wahrscheinlich immer noch ein gewisser Typ von Leuten mit einem entwickelten Mitteilungsbedürfnis oder mit emotionaler Empfindsamkeit wollen gerne Geschichten erzählen. Also kriegt ihr diese Dramaturgie lauter eingesandte Dinge. Und man las das ohne, hatte aber keine Ahnung eigentlich davon. Es gab aber Ratschläge und sagen denken Sie doch mal über den Schluss nach oder glauben Sie dass das ein guter Anfang ist oder solche Briefe schoben wir den Leuten zurück und saßen rum es wurden viele Zigaretten geraucht es wurde nach dem positiven Helden gefahndet der positive Held war eine sozusagen eine ästhetische Figur nicht Natur eins zu eins sondern eine klassische ästhetische Einrichtung und bloß wo war er er wurde dringend erwartet das heißt ganz simpel Menschen die mehr tun als man verlangen kann oder Leute die sich in den sich verändernden verhältnissen bereit sind sich da einzurichten sich zu beteiligen so also ich erinnere mich an lange lange an Zigaretten rauchwolken über einem großen runden tisch und um 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 Diskussionen die sich lange hinzogen und so da ich da immer auf dem flur gesehen wurde weil ich in den zimmern nicht so viel zu tun hatte kriegte ich eines tages ein angebot mich an einem film zu beteiligen der sozusagen stecken geblieben war als drehbuch war ein drehbuch war auch schon geschrieben von einem älteren kollegen leicht älteren kollegen alles was über 30 war habe ich für alt gehalten versteht sich und und da konnte ich mithelfen sozusagen es war eine schulgeschichte denkbar brav also die abenteuer der kinder bestanden in der geschichte darin dass sie wenn sie was nicht wussten den lehrer fragten also es waren so mehr evolutionäre probleme und die kinder nahmen teil und die gesellschaft die ein bedürfnis nach pädagogik hatte die ddr immer die ddr was das film man wartete immer auf den film meine die behörden die apparatur die eine kinoproduktion braucht und erwartet wir alle gemeinsam auch den und den film den man braucht und das war ein film der die fragen die die leute gar nicht hatten in ihrem Fall beantwortet und das publikum wusste es in vielen Fällen bessern so und jetzt mal mit einem kleinen Strich wie weit hat mich der Westen erreicht in Bezug einmal auf eine ganz durchschnittliche Weise man zu den vielen Gewohnheiten in dieser ungewohnt geteilten Stadt bestand darin dass man ins Kino gehen konnte wo man wollte kurze Wege in eine andere Welt mit der Straßenbahn im gewissen Sinne haben sich in den zum Anfang die Themen und die Haltungen gar nicht so unterschieden dass man denkt na Westen völlig anders Osten so Westen so nein das Bedürfnis auch im Kino über die Zeit nachzudenken die gerade zu Ende gegangen war wie sind wir selbst wie ist denn dieses Volk wie ist dieses Land denn in diese Lagen gekommen in der sie nun saßen und saßen ja nicht nur in den wirklichen Trümmern die Leute sondern auch in den geistigen Trümmern und fragten dich und hatten ein Bedürfnis wenigstens im Nachhinein auf der richtigen Seite gewesen zu sein und wenn es im Kino wäre also es war nicht so dass die Leute das Thema nicht mochten oder das Bedürfnis über den zu reden aber auch nachzudenken und auch nachzulesen das war in Ost und West zu treffen und wenn hier Staute oder Metzig oder um zwei Namen zu nennen dann war es in Hamburg war es Keutner die Geschichte eines Autos also Kino meldete sich zurück und obgleich die Umstände nicht direkt vergleichbar waren dort das dortige Kino und das hiesige haben wir doch bei ähnlichen bei ähnlichen Filme gemacht mit ähnlichen Motiven obgleich die Umstände ganz andere waren und nur das Problem war ja dass es gab für die TV und für die ostdeutschen Filme gab es keinen Markt also es gab den Filmmarkt es gab eine Sorte Filme die vor allen Dingen von Förstern gespielt wurden und von Mädchen in Dirndl rücken oder so das hat uns überhaupt nicht interessiert hatten wir nicht das Gefühl da wird uns etwas vorenthalten was dringend gefragt ist anders war es mit den Amerikanern mit den Franzosen anders war es mit den Polen und mit den Tschechen das waren alles da entstand eine Art von Filmkunst die bestaunenswert war und von der man glaubte da kann man etwas abgucken so oder so muss man versuchen Filme zu machen und das aus meiner Sicht und meiner damaligen Freunde meiner Partner Gerhard Klein das Regisseur zum Beispiel von Ecke Schönhauser Wir waren am tiefsten berührt von den Neorealisten Die Neorealisten machten diese wunderbaren das Fahrrad und die Fahrraddiebe sie machten diese wunderbaren Geschichten die an der Ecke spielten wo man wohnte und die Entdeckung dass man Filme machen kann da wo man wohnt war umwerfend weil bis dahin haben wir gedacht Film Film ist zu Pferde Film ist vornehm Film hat Migräne also Film ist ernst und ein bisschen verdächtig harmonisch oder so ja und jetzt kamen diese wunderbaren Italiener und brachten ja nicht nur mit einen Blick auf die Welt sondern sie hatten auch sie arbeiteten auch mit den dafür brauchbaren ästhetisch technischen Mitteln das heißt man drehte auf der Straße man nahm man nahm Filmmaterial das grob war und unschön nicht gesoftet und wie wie seine Film hart hart und schwarz weiß kurze Brennweiten das macht große Straßen so also und wir hatten das Gefühl wir fühlen uns sicher mit in diesem Ambiente in diesem mit der die arbeiteten und wir hatten immer ein bisschen Angst vor den Leuten die in den langen Drehpausen ihr Frühstücksbrot aßen und alles besser wussten und im Gegenteil wie alle alle neu gewonnenen Überzeugungen neigen doch zum Purismus zur Radikalität also nicht nur dass wir uns antrauten Filme zu machen und durchaus die Verantwortung auch empfanden das war auch damals viel Geld was das kostete es waren auch waren auch damals 80 Leute die einen Film drehten und es waren auch damals 60 70 Tage also man wusste man ist in einer Zuständigkeit das ist schon irgendwie wie Arbeit gemeint aber trotzdem konnte man sie sich einrichten und Kunst machen oder Film machen oder auch schreiben hat auch immer zu tun mit nachmachen mit nachmachen wie machen die das kann man das nicht auch machen das gehört dazu also wer den Blick auf das was schon da ist verliert wie soll der was machen was noch nicht da ist also etwas fortsetzen oder so und so hatten wir dann Berlin war eine Kulisse wie sie ins Weltkino passte als Kulisse nämlich der Alltag arm und reich ehrlich und nicht so ehrlich sozusagen Kino ist ja hat ja oft seine Themen aus den großen Städten genommen natürlich es wird auch viel geritten und es tauchen Eisbären auf aber das eigentliche Film der eigentliche Film Gegenstand ist ja ist ja das da mach deine Haustür auf guck raus was ist denn passiert kann man also und eine Geschichte findet man indem man sie entdeckt diese Redensart dass die Geschichten liegen auf der Straße wird wird sagt man ja auch selbst man war auf der Straße aber um es aufzuheben muss man sich wenigstens bücken also die Lahn war auf der Straße aber von selbst passierte damit nichts man musste mit ihnen etwas machen also dazu gehörte fern von allen an Universitäten zu erwerbenden Kenntnissen gehörte Neugier eine Art von Verletzlichkeit ein bisschen ein Ohr in der Nähe des Grases wenn es wächst so also Geschichten jede gute Geschichte denke ich ein Leben später jetzt diese gute Geschichte handelt zugleich von etwas anderem außer von ihrem Sujet eine Geschichte erzählt ihr Thema und eröffnet eine Frage wenn sie aus ist eine Frage die bleibt die du mitnimmst die dich beschäftigt und und so hatten fühlten wir uns ermutigt nach solchen Geschichten zu suchen und haben ein paar Tite vorgelesen jeder hat mehr oder weniger mit solchen Denk- und Probiermöglichkeiten zu tun dass man und dann guckte man sich nach ein paar Vorbildern an dann haben wir aber auch Filmkritik geschrieben oder ich weiß die noch bei der Zeitung war und ich habe lange einen sicheren Lacher erzeugt kann ich also jetzt nochmal da ich es vorher sage tun ich musste weil unser Filmkritiker krank war als ich noch bei der Zeitung war ins Kino gehen und und das spielte eine mir nicht näher bekannte schauspielerin aus von irgendwo her sicher eine tüchtige kollegin kann ich konnte ich nicht sagen weil ich hatte eine sehr kurze kritik geschrieben ich hatte geschrieben die Hauptdarstellerin heißt Lotte Koch und spielt besser wäre sie hieße Lotte Film und kochte eigentlich wirklich unverschämt aber doch hör mal wir schreiben noch was wir denken ja und es gab ja genug halb weggetauten Schnee im Kino der das verdiente oder so ja also und das westdeutsche Kino wurde für ich muss jetzt uns sagen weil das nicht nur mein Problem war das wurde erst interessant als mit dem sogenannten Oberhausener Manifest das war eine 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 kritische Gruppierung jüngerer Leute die Filme machen wollten und dann auch machten also die berühmten Namen der 60er Jahre ob das Schlöndorf ist oder Herzog oder Wenders kommen alle aus der Ecke als diese Filme auftauchten hatten wir das Gefühl die wollen etwas ähnliches machen ganz anders aber ähnlich also wir waren nicht unbedingt ich kann es jedenfalls so nicht erinnern in der Rolle armer Verwandter oder so sondern man konnte ja manchmal sehr leicht Erfolg haben wenn man mit Messer und Gabel aß das hatte niemand vorausgesetzt und auch nicht glauben wollen also man lernte sich kennen man lernte sich langsam kennen weil man zu wenig Filme sah aber es gab mehr Filme aus der Bundesrepublik für die es hier eine Leinwand gab und auch ein Publikum was diskutieren wollte häufiger und gründlicher als über Ostfilme geredet wurde wurde ja auch über Westfilme Ost und West war nicht so ein für allemal festgelegt und insofern kannte man sich und stellte fest dass wir so weit letzten Endes nicht auseinander sind mit dem was wir schaffen und was wir nicht schaffen aber es die Bekanntschaft bedeutete eben dass man wusste man trifft sich bei Gelegenheit wieder obgleich was kaum jemand weiß es wurden auch Ostfilme verboten in der Bundesrepublik wir haben einen Film gemacht den gibt es noch kann man noch sehen jetzt ist er gerade gezeigt worden in letzter Zeit im Fernsehen hieß der Falk Leibitz der Film ist der Versuch das Komplott mit dem man einen Grund für den Überfall auf Polen gesucht hat zu einem Thema zu machen und wir waren eingeladen so in einem man wurde immer eingeladen von Kunst und Politik freundlichen Leuten die sich und die Neugier war auf Gegenseitigkeit und der Falk Leibitz war ein Sonntag vor Mittag in Frankfurt am Main und ich war nie in Frankfurt am Main gewesen oder wir waren überhaupt Westberlin wusste ich ein bisschen Bescheid aber nicht und der Film fing an und als er ungefähr zehn Minuten lief kam ein Polizist und sagte meine Damen und Herren bitte Sie die Sache abzubrechen die Vorführung ist nicht erlaubt und das hatte sogar einen verwaltungstechnischen Hintergrund es gab eine regierungsamtliche Formel hieß Hallstein Doktrin nach einem Menschen der Hallstein hieß und ein Kulturfunktionär der CDU war und alle Filme die aus unserer Richtung kamen mussten an einer Kommission vorbei und die Gesichtspunkte hat die Kommission für sich gewusst aber es hat auch einen Film wie der Fall Gleimwitz der den Kriegsanfang erzählt hat und mit der Mitteilung endete dass es 43 Millionen Tote gab das hat dieser Kommission nicht zugesagt und wiederum sagte man naja was soll man machen oder wir haben daraus auch daraus konnte man jetzt sich nicht ein Weltbild bauen und sagen jetzt aber man ging irgendwo eine Suppe essen fühlte sich links und verboten und fuhr wieder nach Hause also so war das halt ja aber so hat lange Zeit das auf einem relativ beruhte auf wenigen Filmen jemand tauschen konnte aber wir waren das kann ich nun sagen weil ich ja die Kollegen später dann auch über die Arbeit kennengelernt hatte dass wenn die Akademie der Künste zu einem Diskussionsabend gebeten hat sind die gern gekommen weil es stellte sich heraus dass es ein Publikum vor allem die jüngeren Leute aber nicht nur die jüngeren gab in der DDR das politisierter war als das westdeutsche Publikum weil man schwieriger lebte hier und weil man man wurde doch zum Mitdenken war man ja dringend gebeten allerdings nicht in jede Richtung ja aber es waren trotzdem Denkvorgänge auch die Verletzungen kamen ja aus Meinungen die man hatte und nicht weil man sich gerne stritt oder sowas und insofern glaube ich gab es ein Publikum bei Gelegenheit bei uns hier wo auch immer im Einzelnen das schwer zu haben war in Hamburg oder in Frankfurt oder also war ein gutes Publikum ein das etwas wissen wollte und dass die Denkmuster die die man ihm nahe legte wirklich verwenden wollte nur nicht als als platte Apologie und naja wir reden über Dinge die wir besser müssen auf Gegenseitigkeit meine ich ich würde gerne ich würde gerne aus einem Interview was zitieren dass du mit Wiedmann geführt hast das ist auch um die Ecke in die Welt da sagst du ich komme noch mal zurück auf die Geschichten wo du sagst das war eine tolle Entdeckung zu sagen wir können ja Filme machen die bei mir um die Ecke spielen dazu gehört ja auch Solo Sunny und dazu gehört auch Sommer vom Balkon und da sagst du in diesem Interview ich habe eine Geschichte in der geht es um zwei Frauen im noch nicht aufgefrischten Teil des Prenzlauer Berges dann kommt ein Mann dazwischen dann ist er wieder weg und die beiden Frauen sind wieder allein eine Liebesgeschichte und eine Geschichte vom Durchkommen klein kein Drama aber solche Filme gibt es es sind nicht die schlechtesten die Leute vom Fernsehen ohne deren Beteiligung es auch im Kino kaum geht haben Argumente etwa so wir haben die Freitagsschiene die Freitagsschiene muss für die ganze ARD und für die ganze Familie sein dafür taugt die Sache nicht dann haben wir noch die Dienstagsschiene für die halbe Familie für die ist der Film auch nichts ich höre damit auf an dieser Stelle wer soll es beurteilen ich nehme nur an im Fernsehen und mehr noch im Kino wird viel versäumt wenn fast nur noch Filme in bestimmten Genres produziert werden die Besseren von Ihnen haben eine Tür zur Realität aber die Mehrzahl reproduziert nur die eigenen Regeln und dabei fällt wenig Licht auf das Leben ich finde das sehr schön was du da sagst wie eben mit Stoffen umgegangen wird und auch heute und das war jetzt wie gesagt zum Film Sommer vom Balkon aber natürlich auch allgemein und Solo Sunny wie gesagt gehört ja auch zu den Filmen von dir die vor der Haustür spielen und da würden wir jetzt vielleicht mal den Titelsong hören ich spiel mal mal ein ja no der dawn ist glowing blue a dream Untertitelung des ZDF, 2020 Let me sing that song of the golden girls and the men so strong, merry old song When everybody else is gone of the golden girls and the men so strong, that old song Green, the grass is growing green, and in my dream I've seen a snot nest in the hay, some sweet day White, subtle, tears is white, and blacks my lonely nights When you will go away, someday Let me sing that song of the golden girls and the men so strong, that old song When everybody else is gone of the golden girls and the men so strong, that old song Blue, and red, and white, and green And every year between She's sunny, they will say Someday Was für ein Song. Absolut zeitlos und immer wieder toll. Die Regie hat mir einen Wink gegeben. Wir sind natürlich heute hier in einer Live-Sendung auf rockradio.de Und auch auf dem YouTube-Kanal von rockradio.de Und es ist ein Chat geschaltet. Wer Fragen stellen will, kann dort im Chat auch das schicken. Und wenn später Fragen im Publikum sein sollten, werden wir bestimmt Zeit finden, die ein oder andere auch zu beantworten. Und wir möchten natürlich uns unterhalten. Wir möchten aber auch aus den Büchern lesen. Deswegen bitte ich jetzt Sebastian Voss, dass sie dort eine Episode aus dem Um die Ecke in die Welt über Filme und Freunde hat sie rausgesucht und wird... Was liest du denn, Sebastian? Na, ich lese jetzt, weil wir gerade den Titelsong aus Solo Sunny gehört haben, lese ich jetzt den Text, den Wolfgang geschrieben hat zu Renate Krössner, die die Hauptrolle gespielt hat in Solo Sunny. Und danach machen wir eine Pause. Renate Krössner, ein Text übrigens von 1996. Man befürchtet weniger, an eine schlechte Schauspielerin zu geraten, als an die falsche. Renate Krössner, von der wir nicht viel wussten, kam und ließ sich besichtigen. Von einem Film, der eine Weile zurück lag, hatte ich alles vergessen, bis auf die Art, wie sie gelacht hatte. Kürzlich war sie in Jeans, aber auf hohen Hacken durch einen anderen Film gestöckelt, die Nase aufwärts, eine Zigarette im Mundwinkel. Das hatte Konrad Wolf gefallen. Nun redeten wir, ab und zu fiel sie zierlich ins Berlinerische. Dabei beherrschte sie die Tonlage der Stadt, auch wenn sie Hochdeutsch sprach. Wie man in Berlin sich ausdrückt, das ist, ähnlich wie in anderen großen Städten, eine Art zu denken, ehe es eine Art zu sprechen ist. Reflex sozialer Erfahrung, von Kennern sogar nach Stadtgegenden unterschieden. Sunny, unsere Hauptperson, gehörte zum Prenzlauer Berg und zum reisenden Tingeltangel und Renate Krössner schien von beiden Welten etwas zu wissen. Von den weiblichen Rollen, die Kino bevorzugt, war sie nicht die Königin, sondern das Mädchen von nebenan. Sie war schön, aber nicht nur und nicht von allen Seiten. Man konnte ihr nachsehen, ohne gleich zu wissen, wie man sie findet. Ihr Gesicht bestand aus verschiedenen Gesichtern. Als sie an diesem Tage gegangen war, wollte Konrad Wolf nicht mehr weitersuchen und ich auch nicht. Beim Drehbuch hatte ich mich auf ein Mädchen bezogen, das ich kannte und das alles in allem wie Sunny lebte. Nun trat die Person aus jener Wirklichkeit und meiner Fantasie neu vor mein Auge und würde, welch angenehmer und banger Gedanke, für immer so aussehen wie die Schauspielerin unserer Wahl. Es folgten die Übungen mit Kostüm und Maske. Renate Krössner, den mittleren Liebreiz der Schlagerszene vor Augen, wollte nicht schön sein. Sie wollte gefallen, indem sie nicht gefiel. Wir meinten, sie müsste gefallen, damit sie nicht gefallen könne. Das scheint nur ein Wortspiel zu sein, doch war es ein Thema der ersten Drehtage, ehe die Figur die Gestalt gewann, die uns gemeinsam einleuchtete. Den Dialog, so entsinnt sich mein Autorenohr, sprach sie leicht und so, wie ich es meinte. Wichtiger war es, dass sie sich in den Nachbarschaften der Handlung bewegte, als hätte sie nie woanders gewohnt. Wie sie eine Stulle schmierte und aß, wie sie in weißer Bluse anders saß als im Pullover, wie eine Schürze sie farblos machte und ein Hut verwegen. Das hatte mit Lebensgefühl und Lebenslage zu tun, mit dem, was man unbewusst gelernt hat. Doch nichts davon hätte sich hergestellt ohne ihre dünnhäutige schauspielerische Intelligenz. Wolf hat sie sehr geschätzt und hat sie zu schützen gesucht, vor ihren Zweifeln ebenso wie vor zu viel Selbstgewissheit. Er war ja ein Mensch und ein Regisseur, der immer mal jemand zu seinen besseren Seiten ermutigte. Solo Sunny und Renate Krössner gewannen ihr Publikum und diverse Preise. Ich sehe Sunny vor dem Spiegel sitzen, wie sie sich mit langem Blick befragt und sehe sie über den Hof des Jahres 78 kommen mit seinen Kindern, Katzen, Tauben und alten Frauen. Während ich mich zu erinnern versuche, wie es war, als wir mit Renate den Film drehten, fühle ich mich zugleich in ein Publikum versetzt und blicke auf das flüchtige Leben, von dem, auch dank ihr, die Bilder noch da sind. So, jetzt machen wir mal eine zehnminütige Pause und sehen uns gleich wieder. So, wir haben in der Pause, hat sich hier was eingefunden. Ein Gast hat sich eine Amiga-Schallplatte signieren lassen. Da hat nämlich der Wolfgang Kohlhase eine Rezension geschrieben auf der Rückseite, und zwar genau die Günter-Fischer-Platte, wo auch der Song Solo Sunny mit drauf ist. Der Schallplattenfreund sagt, das ist ein sehr seltenes Exemplar. Wollen wir hier erwähnen. Und wir haben natürlich die zwei Bücher hier heute auch vorrätig, soweit der Vorrat reicht. Im Anschluss der Sendung und der Lesung kann gerne das erworben werden, auch signiert werden, und wir haben dazu schon noch ein bisschen Zeit vorgesehen. Aber jetzt möchten wir natürlich weitermachen mit unserem Abend. Ich werde einfach mal von meinen Fragen die nächste stellen und freue mich schon wieder auf die hinreichende Antwort. Und Herr Kohlhase, wie stark verändert sich eine Geschichte, wenn sie zu einem Film wird? Na, also erstmal auf Punkt gesagt, sie verändert sich. Sie verändert sich, weil ein Drehbuch ist das Notieren einer Geschichte zum Zwecke ihrer Verfilmung. Also jetzt, der Zweck muss ja noch dazukommen, der Zweck. Und der sinnliche Augenblick einer Situation, einer Szene, muss ja neu produziert werden. Der ist zwar beschrieben, aber er lebt ja noch nicht. Also die sinnliche Erfindung des Augenblicks ist das große Feld der Schauspieler. Denn der Schauspieler verwandelt die Figur am meisten, weil er am tiefsten mit ihr beschäftigt ist, letzten Endes. Und es ist aufregend zu sehen, wie aus einer Sache, die man sich nur vorgestellt hat und für die eine Szene, wenn sie gut geschrieben ist, Material liefern muss. Wenn du einen Drehbuch schreibst, musst du den Schauspieler in eine günstige Position bringen. Er muss was zu tun haben, was er tun kann und deshalb auch gerne tut. Und das verändert natürlich eine Figur. Wirklich drin, wie es geschrieben ist, ändern kann man immer das sowieso, aber von der Sache, wie eine Arbeit läuft beim Inzendieren eines Films, wirklich verändern, wirklich bleiben tut nur der Dialog. Denn wie jemand aussieht, entscheidet sich, wenn er etwas vormacht, wie jemand sich bewegt. Der Schauspieler macht viele kleine Erfindungen, wenn es ein Mensch mit einem guten Gefühl für die szenische Chance ist. Und immer entsteht etwas Neues und zu der, was ein guter Geschirr macht, dass er solche Augenblicke, dass er sie nicht übersieht und damit verliert. Ich sage mal ein Beispiel, weil als wir gedreht haben, Sommer vorm Balkon, spielte Nadja Uhl ein Mädchen, das arme und hilfsbedürftige Leute pflegt. Und damit sie sich das nicht ausdenkt, sondern eine Vorstellung hat, wie das so ist in der Welt, im Leben, ist sie mitgegangen für zwei, drei Wochen und hat zugeguckt oder geholfen. Wie geht das überhaupt? Und wir hatten so ein paar Grundverabredungen. Eine war, gespielt wird kein Mitleid. Gespielt wird, du machst es. Das ist deine Form von Mitgefühl, von Nähe. Aber das musste ich herstellen. Und dann drehten wir die Szene, wo sie diesem Mann behilflich ist, seine Morgenhygiene sozusagen hinter sich zu bringen. Und da hatte, als sie das getan hatte, die Kamera lief, hatte sie noch Fett an den Fingern vom Massieren. Und es war nicht verabredet, dass sie Fett an den Fingern hat. Ich hätte es nicht schreiben können, weil ich es nicht gewusst hätte. Das kam natürlich. Man muss sich nicht wundern, aber niemand hat darüber geredet. Und so hat sie aus der Bewegung heraus sich das in die Haut gerieben. Und es hat eine große Wirkung, die du entweder genau bemerkst oder ahnst, dass da was ist. Aber es wird erzählt, eine Nähe. Ein Mensch hilft einem anderen. Es entsteht eine Nähe. Und mehr als alles, was man sich ausdenkt, leisten konnte in dieser Geste. Und das war ihre Erfindung. Es war auch nicht ihre Erfindung, es war ihre Verlegenheit. Aber ein großer Augenblick in dieser kleinen Szene. Und generell, man ist immer in der Schuld von Leuten, aus deren Leben man irgendetwas abschreibt. Schreiben ist immer auch abschreiben. Hinzu überlegen. Eine Wendung der schlimmstmöglichen Wirkung. Schlimmstmöglich im Sinne von die Härteste, die Entschiedenste. Man könnte einen kleinen Text schreiben über die Pause als ästhetisches Mittel. Also die Pause ist ja nicht, dass einfach gar nichts passiert, sondern die Pause ist von großer Bedeutung. Und sie rhythmisiert einen Auftritt, einen Text. Und der Schauspieler braucht sie. Es gibt so gute, schlechte Dialoge, wo die Figuren gezwungen sind, alles, was in ihnen ist, auch vorzuführen. Und das sind nicht die besten Dialoge, weil sie meist etwas vorwegnehmen oder nachliefern, was das Publikum gerne entdecken würde. Nicht einfach zugeteilt kriegt, sondern selbst entdecken würde. So später noch etwas davon mitzunehmen. Und so ändert sich, ich meine, die erste große Veränderung ist grundsätzlich, wie sieht mein geschätzter Kollege oder die Kollegin aus. Bisher war sie in meinem Kopf, in unseren Gesprächen, in unseren Hoffnungen hat sie auch schon gelebt. Und jetzt wird sie für immer aussehen wie, und kommt ihr Name, so wird sie für, der Film wird gemacht werden, er wird altern, aber immer wird sie aussehen, wie heißt das, vom Winde verweht, wie heißt die Frau, nicht O'Hara, Scarlett O'Hara, Scarlett O'Hara, Scarlett O'Hara, Scarlett O'Hara war nicht eigentlich schön zu nennen. Was ist das, nicht eigentlich schön? Vivienne hat gezeigt, wie es ist in ihrer Version, nicht eigentlich schön zu sein, und dennoch einen Reiz zu verbreiten, eine Aura zu haben und so. Also indem man sich mit der Geschichte beschäftigt, ändert das die Figur. Nicht in ihr Gegenteil, nicht in Sachen, die da nicht hingehören. Die andere Art, was auch eine Figur ändert, ist die Korrektur dessen, was man schon gedreht hat, und was anders geworden ist, als man gedacht hat. Das hat dann eine Konsequenz für die nächste Szene. Und Dramaturgie ist ja, was ich nicht wusste, als ich seinerzeit angefangen habe, Dramaturgie ist, wenn etwas passiert, aus dem etwas folgt. Die Folge setzt die Dramaturgie in Gang. Nicht, wenn irgendwas passiert, auf so, ja, also, so kann man sagen. Und dann ist man natürlich ohnehin, steht man acht Wochen lang zu früh auf und geht zu spät ins Bett. Also das heißt, man ist mit einer Geschichte ja beschäftigt. Und selbst wenn man wollte, kann man nicht, man hofft ja, dass einem außerdem noch etwas dazu einfällt. Da empfällt, ja, du? Ich hätte doch, sorry, müsste ich eine ganz kurze Zwischenfrage zum, weil wir ja von den Schauspielern gehört haben, inwiefern hat man denn Einfluss gehabt, auch auf die Besetzung? Bei der TV oder überhaupt beim Kino? Überhaupt vielleicht, ja. Na ja, generell, viele Kollegen, die vor allen Dingen schreiben, also Drehbücher schreiben, klagen bitterlich, weil sie das Gefühl haben, als Autor sozusagen eine Durchgangsstation zu sein. Das ist ein bisschen so, die Regisseure organisieren ja das Gesamtmaterial und fassen in dem Sinne, einen Schlusseindruck stellen sie her. Das kann man nicht ändern und muss man nicht ändern. Andererseits gibt es, wenn man befreundet zusammenarbeitet, versteht das nicht, dass man sich gegenseitig in die jeweilige Situation hinein begleitet. Und jemand wäre ja dumm, wenn er einen Vorschlag, der tauglich ist, nicht annimmt. Aber das muss man mit den Regisseuren verabreden. Und bei jedem ist es ein bisschen anders. Also zum Beispiel Klein, mein erster und für mich sehr wichtiger Partner, mochte das überhaupt nicht, wenn er das Gefühl hatte, während er hier eine Lösung sucht mit dem Schauspieler, steht hinter ihm einer, der die Lösung aussucht. Also sozusagen, er mochte seine Anwesenheit nicht verdoppelt sehen durch einen Gast. Machte ihn nervös, wenn man so... Wolf machte das gar nichts. Aber der hatte, der stand groß in der Mitte der Szene und nahm an, lehnte ab und so und war nicht bedroht durch Störungen. So und so ist es jedes Mal ein bisschen anders und man muss es von Fall zu Fall verabreden und dass man und sich das Ziel immer mal wieder gemeinsam vorstellt, wo man eigentlich hin will mit und Ich wollte was sagen, nochmal zum Thema Dramaturgie. Erzähl doch bitte, bitte mal die schöne Geschichte, wie du angefangen hast zu schreiben, weil du wolltest ja wohl einen Krimi schreiben. Du wolltest doch einen Krimi schreiben, ganz am Anfang deiner... Ja, und? Naja, und die Geschichte, die ist so schön. Die Geschichte ist so schön. Erzähl doch mal die kleine Geschichte. Na, ich spiel mal rein in die Geschichte. Naja, Erzähl. Also, naja, das kann er, aber das kann er besser erzählen. Du wolltest einen Krimi schreiben und hattest was am Ende? Ach so. Ja. Ja, das war, das war ganz am Anfang. Na, ganz am Anfang, sag ich ja. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang hatte ich zwei abgebrannte Hose, sieben Tote und keine Handlung. So viel zum Thema Dramaturgie. Ja. Ja, so, dann kommen wir mal zu deiner Prosa vielleicht, ne, Wolf? Es gibt ja, ja, das machst du. Wollen wir da, wollten wir nicht noch eine Musik einstieren? Ja, doch, wir spielen, genau. Entschuldigung, ich kann mir doch mal eine Frage stellen, weil das ist für mich jetzt noch nicht ganz beantwortet. Ja. Eine Frage, haben Sie denn auch mal ein Drehbuch für einen Schauspieler oder eine Schauspielerin geschrieben, wo Sie genau konnten, das kann der am besten spielen, diese Story kann der am besten umsetzen. Gab es sowas? Ja und nein, sagen wir mal, natürlich, wenn Besetzen ist, ist Spannen, wie hier irgendwo in einem Zistext stand, den wir hatten oder so. Man denkt natürlich nicht, man hat schlechte Partner, aber richtige oder falsche oder passen zwei Leute zusammen oder passen sie nicht zusammen. Das beschäftigt einen in der Woche, wo man das meist entscheiden muss und sagen, jetzt geht dem oder die oder eben nicht. Das beschäftigt einen sehr und kann einem eine schlaflose Stunde verschaffen. und ich habe, aber Sie fragen ja, ob ich von Anfang an beim Konzipieren einer Figur oder überhaupt so sagen, die Geschichte fällt mir ein, weil mir diese Person einfällt. Sowas eigentlich nicht, man kennt sich ja, die Szene in der DDR war nicht so groß und wunderbare Schauspieler und die Frage war immer, dass man sie auch kriegt, wenn sie Theaterverträge hatten oder sowas. Aber es wurde ja in Berlin großes Theater gespielt, das muss man wirklich sagen. Und das hat, davon lebt die DEFA auch in ihren braveren Teilen, wo sie keinen Avantgarde das ist ein Kino machen oder so. Aber sie lebt von der Grundqualität eines Theaterbetriebes in Berlin beispielsweise. Also so ganz direkt, dass ich zuerst an die Figur dachte, an den Schauspieler dachte. Meist geht der Weg von der Figur in die Richtung mehrerer Schauspieler und dann fängst du an nachzudenken und vergleichst und natürlich versucht man alles zu wissen, was man wissen kann und man wusste, als wir anfingen, als ich vorhin erzählt habe von dem Neorealisten oder so, zu dem Radikalismen unserer damaligen Überzeugung gehörte auch, dass wir keine Schauspieler haben wollten. Wir dachten, das Leben ist so sehr das Leben, da soll keiner stören, weil er Schauspieler ist. Und so eine völlig alberne Verkennung dessen, das umstandet, dass das Publikum geht zu den Schauspielern. Deshalb gehen sie los und hoffen auf etwas, was passiert. Aber ich würde sagen, das hat uns am Anfang beschäftigt, dass man als wäre sozusagen eine saubere Materie verdorben, indem da noch Leute zukommen, die auch mitmachen wollen. ein Film ohne Schauspieler ist einfach super. Gibt es aber auch. Und dann gibt es auch Filme ohne Schauspieler und keiner weiß, dass es gut ist. Nicht mal sie selbst. Aber das rundet das Thema natürlich sehr schön ab, denn wir haben ja gehört, wie sich doch diese Erkenntnis dann im Laufe der Zeit doch gewildert hat, dass am Ende das Tüpfelchen dann in der Rolle des Schauspielers liegt, der dem noch das letzte Leben einhaucht mit seiner, mit der Persönlichkeit, mit seinem Können. Und da habe ich eine kurze Frage noch zur Musik. Wie weit haben Sie an die Filmmusiken speziell immer gedacht für die verschiedenen Produktionen oder im Allgemeinen? Können Sie da ein Beispiel geben vielleicht? Ja, Musik ist meist schwierig, wenn man, weil man so wenig nicht Mann, aber ich zum Beispiel, wenn man so wenig von ihr weiß und wenn man ihre, wie sie gemacht wird eigentlich, nicht wie sie wirkt, aber wie die Wirkung gemacht wird und man, man kennt die Begriffe nicht. Also sind das sehr, meistens sehr komische Anfänge. Du zeigst einem Kollegen, wir haben, mit der Zeit spezialisiert man sich auf bestimmte Partnerschaften. Also ich habe sehr viel gemacht zu Musiken von Günter Fischer beziehungsweise er hat die Musiken zu dem gemacht, was ich geschrieben habe. aber die Anfänge sind erst mal hören, nicht gleich reden, nachdenken, jetzt kommen und, 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 ein Motiv suchen oder so. Motive sind, werden gern geklaut und sind etwas Schönes, wenn man eins hat. meine ich, so ein Grundmuster für einen Film und man redet meist miteinander mit Händen und Füßen. Also ich, also wenn, wenn wir jetzt Autor und Komponist werden, würde ich sagen, verstehe mal, was ich, hinten meine ich, die vorletzte Szene, weißt du, das müsste nicht so sein, und schon hat man ein Vokabular, wo beide wissen, was gemeint ist. Wo beide hoffen, dass sie wissen, was gemeint ist. Lassen wir es so stehen. War es denn auch so bei dem Bruch, ist da auch dieser Stück Tango für Paul, was wir gleich auch noch hören werden, gab es da auch diese Hinweise oder hat man sich da auch verständigt? Da hatte ich den Text liegen, die irgendwann mal gemacht oder so und dann stellte sich heraus, vielleicht können wir den in dem Film für die Rolle, die Jürgen Walter spielt, vielleicht können wir den Text gebrauchen und Fischer machte dann, schlug ein Motiv vor und so. Also da gab es den Text, aber das war zufällig, weil ich immer, wenn ich nach Babisberg fuhr, musste man unten um Berlin rumfahren und ich habe dann versucht, so wenigstens irgendwas zu singen, während ich jeden Tag den Weg hatte. Also es gab diesen Text und keine Melodie und das ist so eine Art Chanson-Text. Der Text ist da allerdings wichtiger, also die Musik schwimmt mit und führt den Text. Dann hören wir uns das doch mal an. Kann man sich das anhören? das ist der Bruch Tango für Paul. Habt ihr? Der Bruch, ja. Der Bruch, genau, Tango für Paul mit Jürgen Walter. Lange gesucht und doch gefunden. Jetzt hören wir es uns einfach mal an. Danke, Jürgen Walter Stempel haben wir den endlich bekommen noch. Jürgen Walter Stempel hat ihn so früh gestellt. Sempler, Gütter, Fischer. Ich war die heißeste Nummer immer locker und doch das kälteste war im ganzen Saal und keiner hatte mich je zum zweiten Mal bis Paul erkam bis Paul erkam der mich nach einem Tango auf die Seite nahm Darf ich ihn an der Wache bitten? sagte er und ich fühlte einen Schauer auf der Haut und das hat mich auch die Dauer so versagt vorher kannte ich noch die Gewisse schreibe ich noch bis Paul erkam bis Paul erkam der mir beim ersten Tango gleich den Atem nahm und wieder kam meine Damen und meine Damen und Herren denn da hämmerte die Wirtin und ich war nicht so weit weil sie so weit einfach unvorstellbar fand aber ich war nicht so weit die Wirtin und ich war nicht so weit wenn Paul erkam wenn Paul erkam wenn Paul erkam und mir den letzten Schleier von der Seele nahm und ich war nicht so weit und ich war nicht so weit und ich war nicht so weit als Paul erkam als Paul erkam als Paul erkam den sie mit einer Acht in ihr gewahrsam war Und mir blieb nur dieser Schrauer auf der Haust und das hat mich auch die Dauer so versagt Fremde Kerls am Hals und alle sind sie da Stell ich mir vor wie Paul Eccard Und mich beim ersten Tag nur in den Himmel nah Kann man den nicht irgendwie neu auflegen Ich glaube das wäre ein absoluter Hit heute Wir haben ja den Amiga-Chef hier sitzen Vielleicht kann er Einfluss nehmen, da reden wir vielleicht später drüber Sehr schönes Stück Und da hat der Kollege, der wirklich die Schede anbrachte Die Idee war, nochmal die Menü aufzulegen Das wäre doch schon mal was Also insofern, ja, danke für die Anregung Und ein schöner Titel, der hätte den wahrscheinlich aus sich heraus nie konfiguriert Aber aufgrund der Textvorlage des Films hat er auch solche Songs geschrieben Ja, großartig So, wir haben aus den vorhin Texte gehört aus dem Buch Um die Ecke in der Welt über Filme und Freunde von Wolfgang Kohlhase Und Herr Kohlhase, Sie haben ja auch ein Prosa-Band geschrieben Der veröffentlicht, jetzt auch wieder veröffentlicht wurde Jetzt muss ich gucken Unter zwei Namen von zwei Verlagen Der ursprüngliche Erzählband hieß Silvester mit Balsack Ist 1977 bei Aufbau erschienen Und das, was jetzt neu bei Wagenbach aufgelegt wurde, heißt Erfindung einer Sprache Das ist auch eine Erzählung aus diesem Band Und das ist jetzt ganz neu bei Wagenbach nochmal aufgelegt worden Und auch bei Molokoprint mit Illustrationen von Frank Dirsch Auch eine sehr schöne Ausgabe Unter dem Originaltitel Unter dem Originaltitel Und alles hier heute auch zu haben im Anschluss Wer noch ein bisschen Zeit mitbringt Und daraus wollen wir jetzt auch einiges hören Ich würde dann der Damen den Vortritt geben Bastian, was liest du uns? Ja, ich lese eine kleine Geschichte aus dem Erzählband Die heißt Johanniter und Blei Im Westen ist auch nicht alles gut Das sagt mir überzeugt Frau Schrader, meine Nachbarin Und bezieht sich dabei auf das Geschick ihrer jüngeren Schwester Elfriede Die einem Mann gefolgt ist in Liebe und guter Hoffnung Der Sonne nach über die Grenze, die damals noch offen war Und dann gleich mit dem Flugzeug hoch Hoch hinaus bis nach Württemberg in ein Barackenlager In einem anderen Lager in zwei Stunden mit dem Bus zu erreichen Wusste sie, war er Doch niemals kam er, um Elfriede zu umarmen Und auch nicht, um wenigstens nach dem Kind zu fragen Das sich in ihr schon regte Und als sie sich selbst auf den Weg machte Fand sie heraus, dass er verschwunden war Und keiner wusste, wohin Es stand also schlimm um Elfriede und um das Kind ohne Vater Aber ihren Stolz hatte sie noch Und wollte auf keinen Fall zurück in den hämischen Osten Verlassen und gescheitert Eher hätte sie jede Last auf sich genommen Es fügte sich günstiger, als sie gedacht hatte Sie bekam Flüchtlingshilfe und eine Stellung in der Ausgangskontrolle Eines Hemdenversandes Das erste Jahr war bitter und einsam Aber im zweiten Sommer hatte sie genug zurückgelegt Um acht Tage mit einer Reisegesellschaft nach Heiligen Merkel in Oberbayern zu fahren Von wo sie ihrer Schwester, der Frau Schrader, eine Postkarte schickte Darüber hinaus lernte sie dort Herrn Dullenstedt kennen Einen stattlichen Mann in einem braunen Tweetsacko Der sie abends, wenn klein Marlies schon schlief An der Hand über die Waldwege führte Und ihr Misstrauen in vier Tagen überwand Weil er ihr nicht nur ein Gatte Sondern auch ihrem Kind ein Vater sein wollte Der Mann war korrekt Redlich stand er zu seinem Wort Und gab Elfriede seinen ehrlichen Namen Dullenstedt, wie gesagt Gab ihr Bett und Tisch im Stadtteil Charlottenburg Und von seinem Elektromeistergehalt, was der Haushalt brauchte So war sie wieder in Berlin Wenn auch auf der anderen Seite der Welt Und schickte ihrer Schwester, meiner Nachbarin Hin und wieder Kaffee und Schokolade So dass die reinen Herzens sagen konnte Meine Schwester Elfriede? Was denken Sie, da geht es blendend Bis Dullenstedt eines Abends sagte Ich hole mir schnell mal eine Schachtel Zigaretten von unten Es war ein Frühsommerabend Mit einem Himmel, der lange rot blieb Die Cabriolets fuhren offen Die Mädchen trugen helle Kleider Atmen war leicht Und verschiedene Sehnsucht machte sich bemerkbar Auch die Sehnsucht nach Bier Dullenstedt ging in ein Lokal, in dem er gelegentlich Kunde war Stimmengewirr empfing ihn, es war voll Doch er fand einen Platz an der Theke Er bestellte sich eine Schachtel Stäufelsand und einen Johanniter Die Zigaretten steckte er in die Jackentasche Dann heftete er, die Zunge am Gaumen reibend Den Blick vorfreudig auf den weißen, porigen Schaum Der an dem von der Kühle beschlagenen Glas hinab Auf das Chromblech des Schanktisches floss Aber ehe er dazu kam, den ersten Schluck zu tun Den schönsten von allen Sagte rechts von ihm eine Stimme Die warm und verraucht klang Etwa so, wie die Luft im Lokal schmeckte Kaufst du mir auch ein Bier, Süßer? Dullenstedt wandte sich zur Seite Neben ihm stand eine Frau mit türkisfarbenen Klips In den Ohrläppchen, mit Dreißigerin Die ihm unter breitem Liedstrich stetig ins Auge sah Allerdings eher überdrüssig als ermunternd Es war nicht auszumachen, ob sie von ihm irgendetwas wollte Außer einem Bier Während er zu erwägen begann Ob hier nur ein plumper oder ein letztlich doch schmeichelhafter Wunsch An ihn gerichtet wurde Sagte links von ihm eine andere Stimme Weich, aber mit einem fremden Akzent Sie werden doch für diese Nutte kein Bier kaufen Dullenstedt drehte den Kopf und erblickte einen schmächtigen Mann Mit schwarzem, fettigem Haar Dunklen, ein wenig feuchten Augen und einer olivfarbenen Haut Und das alles in einem hellen Staubmantel mit hochgeschlagenem Kragen Der an den Kanten nicht ganz sauber aussah Süden, tippte Dullenstedt unbestimmt Deshalb ging er gleich mal zum Du über Das leichter zum Herzen spricht Und sagte ruhig Pass mal auf, mein Junge Ob ich diese Dame ein Bier kaufe oder nicht Ist einzig und allein meine Sache Erstens Und zweitens ist diese Dame für dich keine Nutte Sondern immer noch eine deutsche Frau Verstanden? Dann rief er Jetzt klar entschlossen Noch ein Johanniter über die Theke Und nahm endlich einen langen Schluck aus seinem Glas Und sah sich auch einmal nach der Frau mit den Ohrclips um Aber die lächelte nur rätselhaft Der schmächtige, schwärzliche Mann wiederholte unbelehrt Sie werden doch für diese Nutte kein Bier kaufen Einen Augenblick lang wunderte sich Dullenstedt einfach Der Akzent schien ihm jetzt französisch zu klingen Aber das musste im Moment ungeklärt bleiben Und auch, welche Fäden sich weben mochten Zwischen dem da und der Frau an seiner anderen Seite Zog Dullenstedt nicht in Betracht Blond, stämmig und deutschstämmig Elektriker mit Abendschule Trat er für sein überliefertes Recht ein Bier zu spendieren Für wen er wollte und wann er wollte Noch dazu in Charlottenburg Vielleicht sah er nicht Dass die Mundwinkel des Nichthiesigen unbegreiflich zuckten Vielleicht sah er es durchaus Was gingen ihn ausländische Mundwinkel an? Er stellte sein Glas vernehmlich ab und sagte Das ist vielleicht bei euch so In der verlausten Gegend, wo du herkommst Und wo ihr die Fensterritzen mit Kamelmist verschmiert Dass da in den Kneipen bloß Nutten rumstehen Wenn ihr überhaupt Kneipen habt Das ist noch die Frage Aber gesetzt mal den Fall und angenommen Also du lungerst da rum und lässt für so eine Schicksal ein Bier springen Und ich stehe zufällig daneben Dann werde ich ja auch nicht sagen Dass du dieser Nutte kein Bier kaufen sollst Weil mich das nämlich gar nichts angeht Verstehst du? Und umgekehrt geht es dich nichts an Weil wem ich ein Bier kaufe Immer noch und auch in Zukunft ausschließlich meine Sache ist Und im Übrigen ist diese Dame für dich keine Nutte Sondern immer noch eine deutsche Frau Soweit Dullenstedt Der andere fasste ihm darauf an die Jacke Dullenstedt gab ihm einen Stoß Der Wirt und zwei robuste Stammkunden zögerten nicht Und warfen den gestikulierenden Mann Dessen Protest keiner verstand Vor die Tür Der spinnt nämlich Sagte die Frau Doch Dullenstedt Nachdem er seine Ehre gewahrt hatte War sich der ihrigen nicht mehr so sicher Als häuslichen Mann fiel ihm Elfriede ein Die jetzt im Fernsehen die Ratesendung sah Er zahlte die beiden Bier und die Zigaretten Und ging hinaus in die sanfte Dämmerung Jemand trat auf ihn zu Aus dunklem, marokkanischem Stolz Sprang ein grelles Licht Sprang aus schwarzem, am Taschenfutter blank geriebenen Stahl Direkt in Dullenstedts Augen Und drinnen hörten sie, was er schon nicht mehr vernahm Den Schuss Und jetzt Sagt Frau Schrader und beendet damit ihren Bericht Über das Problematische des Westens Jetzt Hat meine Schwester wieder keinen Mann So Jetzt liest du Wolfgang Jetzt lese ich Das ist keine kurze Geschichte Sondern eine sehr kurze Geschichte Sie haben so einen festen Händedruck Sagt der Kohlenhändler Ich winke ab Doch, doch, sagt der Kohlenhändler Üben Sie nebenbei einen Hanfack aus? Das kann ich wirklich nicht sagen Oder treiben Sie vielleicht Sport? Ich winke wieder ab Aber meine Eitelkeit Gebietet mir zu sagen Dass natürlich ab und zu Sonn am Sul Viel zu selten allerdings Ein wenig Gymnastik Ein bisschen Boxen am Sandsack Kennen Sie Cassius Clay? Fragt der Kohlenhändler Natürlich, sage ich Gut, was? Sehr gut Aber Sie selbst aktiv nicht Was? Früher habe ich mal Fußball gespielt Das ist auch schön Sehr ästhetisch Jedenfalls im Fernsehen Sagt der Kohlenhändler Ich meine Ich bin gar nicht sicher Ob ich selber So einen Fußball Überhaupt richtig treffen würde Aber ich sehe es mir gern an Tatsächlich Der Kohlenhändler Ist ein kleiner Sklerotisch wirkender Mann Endsichtiger Mit rosiger Haut Und zwinkernden Augen Er erinnert an einen Lord im Farbfilm Ich selbst bin mehr Turnierreiter Und Kavalierist Sagt er So, sage ich erstaunt Ja, sagt er Aber mit der Kavalerie Ist es ja vorbei Heute Leider Tatsächlich Nun wollen wir mal zugeben Sie würde ja auch nicht mehr Richtig reinpassen Nicht wahr? Das stimmt Das stimmt allerdings Gebe ich zu Obgleich es Schade ist Sehen Sie Von der Kavalerie Hat doch ein großer Teil Der Wirtschaft gelebt Nehmen Sie nur Zaumzeug und Sättel Die Sattler Die Schmiede Der Hafer Die Landwirtschaft Überhaupt die Pferdezucht Na und die Gaststätten? Na und ob? Das waren doch alles Freiwillige bei der Kavalerie Die garen Geld aus Daran denkt man gar nicht So, räume ich ein Was meinen Sie? Sagt der Kohlenhändler Ich war Leipziger Ulan In Leipzig waren Ulan Natürlich, sagt er Und in Torgau waren die Husaren Und in Großenhain auch Eine Mitteilung aus der Kindheit Meines Vaters kommt mir in den Sinn Und ich rufe aus Und in Pasewalk waren die Kürassiere Richtig, sagt der Kohlenhändler Und in Parchim waren die Dragoner Und in Stendel waren die Husaren Und in Quedlinburg die Kürassiere Und in Halberstadt auch Und in Gardeling waren wieder die Ulan Er nickt mir triumphierend zu Morgenrot, Morgenrot Leuchtest mir zum frühen Tod Aber auf dem Rücken der Pferde Liegt das Glück Dieser Erde Naja, man lebt von der Erinnerung Sagt er Vorbei ist vorbei, sage ich Das waren 10 Centner Briketts Und 5 Centner Koks Wenn es möglich ist Naja, sagt er Klappt schon Wir reichen uns die Hand Ich steige in mein Auto Aber so wie er mich ansieht Scheiden wir als Reiter Bevor wir zum Langsam Ganz langsam zum Ende kommen Sind natürlich noch ein paar Fragen möglich Und so möchte ich Nicht unerwähnt lassen Bei uns ist der Eintritt immer frei Seit 30 Jahren Wir werden feiern gerade Geburtstag Wir werden gerade 30 Unter diesem Motto laufen auch Die Veranstaltungsreihen in diesem Jahr Hier in Speiches Rock und Blues Kneipe Und es ist aber üblich Dass wir mit dem Hut umher gehen Und das werden wir heute auch machen Also eher vorne Also wenn sie nachher Wenn es ihnen gefallen hat Und wenn sie möchten Gerne dort auch zur Kollekte Was dazu zu geben So sage ich meine Pflicht getan Das gehört dazu Dann Was denn? Was machen wir? Was machen wir? Wir haben jetzt noch einen schönen Einspieler Der wurde verwendet In dem Film Sommer vorm Balkon Ich liebe ihn sehr Der ist von Vicky Leandros Und dann Haben wir noch Zeit für zwei, drei kleine Fragen Aus dem Publikum Ja und ich habe auch noch Zwei, drei Würde ich gerne noch vorlesen Zwei, drei Lieblingszitate aus Wolfgang Kohlhauses Film Das machen wir auch nach dem Einspieler Dann machen wir den Oder wir machen es Glaube ich danach Na, gleich Gleich, jetzt Dann machen wir gleich Na gut, okay, also Aus Sommer vorm Balkon Nike pflegt auch eine ältere Also eine alte Frau Und irgendwann sagt sie zu Nike Warum ist mein Gesicht nicht so glatt wie mein Arsch? Und Nike sagt Da hast du deinen Arsch lange nicht gesehen Dann sitzen die beiden Mädchen Also die beiden Freundinnen Die sitzen ja immer zu auf dem Balkon Und trinken Cola, Wodka Und besprechen das Leben Und so weiter und so fort Und sie sitzen also wieder mal eines Abends Auf dem Balkon Und trinken Cola, Wodka Und da sagt die eine zu anderen Das wird heute ja nicht dunkel Und da sagt die andere Ne, das wird schon wieder hell Und Nike lernt einen Truckerfahrer kennen Und beginnt mit dem eine Beziehung Ein Verhältnis und so weiter Und irgendwann streiten sie sich so ein bisschen Und dann liest sie demonstrativ in einem Buch Und dann sagt er zu ihr Was liest denn du da? Und dann sagt sie Stendal Und dann sagt er Das ist doch eine Stadt Und dann sagt sie Das ist auch ein Schriftsteller Sogar ein Franzose Da sagt er Na siehst du Da haben wir wieder was dazugelernt Und dann sagt sie Nicht wir Du hast was dazugelernt Dann noch eins aus Solo Sunny Die sich neu bewirbt In einer Band Nachdem sie aus der anderen raus ist Und so weiter Sie bewirbt sich also Und sagt Ich komme wegen der Annonce Ich würde es ja eine machen Sag mal brauchen wir einen Torsteher Ich nenne einen Eckenpinkler Eckenpinkler Ich bin die Die bei den Tornados rausgeflogen ist Ich heiße Sunny Und dann sagt sie An einer anderen Stelle In dem Film Und das ist sozusagen Schon ein geflügeltes Also ein geflügeltes Zitat Und wird immer wieder mal gesagt Ist ohne Frühstück Und auch ohne Diskussion So und jetzt machen wir den Einspieler Dein Koffer wartet schon im Flur Du lässt mich allein Wir sehen uns an und fühlen nur Es muss wohl so sein Doch stehst du zur Gerdin der Tür Und fragst, was wird aus dir Nein, sorg dich nicht um mich Du weißt, ich liebe das Leben Und weine ich manchmal noch um dich Das geht vorüber sicherlich Was kann mir schon geschehen Glaub mir, ich liebe das Leben Das Karussell wird sich weiter drehen Auch wenn wir auseinander gehen Mag sein, dass man sich selber oft Viel zu wichtig nimmt Verzweifelt auf ein Feuer hofft Wo es nun noch glimmt Wenn sowas auch sehr weh tun kann Man stirbt nicht gleich dabei Nein, 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 sag dich nicht um mich Du weißt, ich liebe das Leben Und weine ich manchmal noch um dich Das geht vorüber sicherlich Was kann mir schon geschehen Glaubt ihr, ich liebe das Leben Das Karussell wird sich weiter drehen Auch wenn wir auseinander gehen Vielleicht gefällt's mir wieder fremd zu sein Vielleicht verlieb ich mich aufs Neu Man wird ja sehen Man wird ja sehen Die Welt ist schön Wie es kommt, ist allerlei Du weißt, ich liebe das Leben Ich frag dich Was kann mir schon geschehen Glaubt ihr, ich liebe das Leben Das Karussell wird sich weiter drehen Auch wenn wir auseinander gehen Auch wenn wir auseinander gehen Du weißt, ich liebe das Leben Ja, Chansong mal nicht von Günter Fischer Aber trotzdem gut, wie der Jörg Stempel, der Amiga-Chef, doch mal einwenden sollte, durfte Wir müssen jetzt natürlich noch nicht auseinander gehen Wir können vielleicht zwei, drei kleine Fragen Auch noch aus dem Publikum beantworten Und der Jörg, du hattest da schon was Keine Frage, ich will mich gar nicht vordringen Aber in ihrem Gesamtwerk ist für mich der Film, als wir träumten Wo sie gemeinsam mit dem Felix Mayer das Drehbuch geschaut Clemens Mayer Entschuldigung, Clemens Mayer Das ist für mich schon spannend Weil es geht ja um die Nachwendezeit Um die Jugendlichen Love Future in Leipzig Und dass Clemens Mayer da was zu sagen hat Ist klar, der kommt ja aus dieser Bewegung Aber Sie waren damals schon erwachsen Und ja, wie man da für ein Gefühl haben kann Und dieses Drehbuch gemeinsam schreibt Das ist für mich so Ja, spannend, ein Rätsel Wie ist die Nähe? Ich muss ganz kurz für den Sender Weil das wird natürlich nicht mit Das erfasste Mikro nicht Also der Jörg Stempel stellte eine Frage zu dem Film Als wir träumten Wie es Na, wie sich so eine Zusammenarbeit am Ende realisiert Mit dem Jungen Clemens Mayer Aha, also generationsübergreifend Eine Szene, die eigentlich Jugendliche betrifft Die nicht wussten, wo es lang geht Und was jetzt sie erwartet Wie es weiter geht in ihrem Leben Ja Naja, es ist Ich erinnere mich, dass Andi Drösen, mit dem ich ja öfter was gemacht habe Der ein wunderbarer Regisseur ist Dass er, ich will nicht sagen überwältigt Aber tief berührt war von der Realität dieser Generation Die da in dem Film die jungen Leute darstellt Und dass die eigentlich so glaubhaft waren Und dass der Film, der sehr laut ist, nebenbei gesagt In meiner Erinnerung Und auch als wir ihn damals machten Dachte ich, ist der nicht vielleicht zu laut Also Aber ich kann das nicht beurteilen Weil die Kriterien waren Eigentlich gucken sich den jungen Leute an An die wendet er sich ja eigentlich auch Also Und wenn sie diesen Eindruck haben Da geht nichts verloren Da kommt von dem Lebensgefühl etwas rüber Dann ist das ein Verdienst dieser Halbkinder, die sie noch sind Sie waren ja alle so 16, 17, 18 oder so Und der Sorgfalt, mit der Andi Drösen mit ihnen umgegangen ist Und das kann ich nicht mehr sagen Dankeschön, wenn es ihnen gefallen hat Aber hier war ja das Drehbuchschreiben insofern noch mal eine andere Sozusagen Ausgangssituation Denn es gab ja die Vorlage Es gab ja das Buch von Clemens Mayer Das ist noch mal ein anderes Herangehen Denke ich, als wenn man keine Vorlage hat Mir fällt nur ein, die schöne Geschichte auch wieder von dir Als du zum ersten Mal was geschrieben hast für den Staat Weil er fragte, wie geht das? Wie kann diese Generation mit deiner Generation so gut zusammenarbeiten? In dem Fall Clemens Mayer Und du, was das Drehbuchschreiben angeht Und da gibt es die schöne Geschichte von dir Was du geschrieben hast Als allererstes, da warst du glaube ich 16 Hast du für diese Jugendzeitschrift einen Text geschrieben Und dazu gab es einen Kommentar Und dann gab es noch mal eine große Rezension in der Berliner Zeitung Als du Sommer vorm Balkon geschrieben hattest Und das ist sowieso viel zum Thema Generationen Ja, warte mal Ich wollte nur noch dazu was Was sagen, glaube ich Aber also ich erzähle erst mal das Weil mir einfällt, was du meinst Ja Nein, ich hatte so mit 16 an Zeitungen geschrieben Und zwar immer mit so einem Eröffnungstext Das ist schon lange mein inniger Wunsch Für eine Zeitung zu arbeiten Und könnten sie mir sagen, was man machen muss und so weiter Und war ja aus der Mittelschule gekommen Und dann wurde ein kleiner Text veröffentlicht Und das Herz schlug mir zum Hals Und das Rauch nach Druckerscherze Und die Redaktion hatte allerdings Einen kleinen Zusatztext vorangesetzt Und da stand Dieses Manuskript schrieb erstaunlicherweise Der 16-jährige Wolfgang Kohlhase Und ich las das und dachte Es wäre ja nicht nötig gewesen Und ein Leben danach Danach hatte ich ein Drehbuch geschrieben Sommer vom Balkon Und in einer wohlmeinenden Filmkritik Stand geschrieben Dieses Drehbuch schrieb erstaunlicherweise Der 75-Jährige Und still unter mir selbst Dachte ich Das wäre ja nicht nötig Aber es macht ja Mut Dass man mit 85 Denn 2015 ist ja als Betreubten rausgekommen Macht nur Mut Dass man dann auch noch junge Menschen verstehen kann Und Mut braucht man immer Ja, wenn jemand noch eine Frage hat Ansonsten können Sie gerne sich dann auch Die Bücher signieren lassen Und kaufen natürlich Und von Wolfgang Kohlhase signieren lassen Weil da sitzt er Kurze Frage mal an die Regie Haben wir denn Fragen über den Chat zum Thema? Nein? Gut? Und ja Dann darf ich mich bei Zuallererst bei unserem Gast Wolfgang Kohlhase bedanken Ich habe von den vielen aufgeschriebenen Fragen Ich glaube drei gestellt Und hinlänglich Antwort bekommen Auf alle anderen Die ich gar nicht vorgetragen habe Das ist schon sensationell Vielen Dank dafür Vielen Dank an Bastian Voss Fürs Lesen und für das Betreuen der ganzen Geschichte Und weil wir gerade bei dir sind Das wird noch in diesem Jahr zum Nikolaus Das ist auch wieder ein Dienstag Das ist auch wieder ein Dienstag Da findet 18 bis 20 Uhr unsere Rock-Radiosendung statt Und wir machen am Abend dann ab 20.30 Uhr hier nochmal eine Lesung Viele haben gefragt Bastian War schon mal hier hat gelesen Das hatte großen Anklang Und was wirst du denn zum Nikolaus lesen für uns? Na da lesen wir Na da lesen wir Das mache ich mit meinem Kollegen Rainer Heise zusammen Und wir lesen an diesem Tag die Wirdinnenverse Über die Unzucht unserer Großeltern Das ist ein heiter frivoler Abend Szenisch und musikalisch Wir singen auch A Cappella Und es gibt Eierlikör Dann möchte ich in eigener Sache gleich noch den Hinweis Weil wir bei den Lesungen gerade sind Wir haben quasi Lesewoche Und am Donnerstag, den 6., also übermorgen Wird es bei uns ab 20 Uhr wieder eine Lesung, eine Buchpremiere Mit 13-jähriger Verspätung geben Und nichts verwechseln Aber lustiger oder markanterweise ist der Buchtitel Der Kohlhaas von Blanko Das ist für Eingeweihte Die wissen, das ist sozusagen der Garbati-Krimi Es werden Leute entlarvt Und es ist, ja, was der Autor selber ist Es ist eigentlich, er nennt es eine Metropolen-Provinz-Krimi-Posse Von der Edition Flaschenpost Es wird Vorleser sein Robert Niemann Und es wird gesungen von Malcolm Z Und der Autor ist natürlich Pseudonymer-Patient Vergiss mal nicht Alle wieder herzlich eingeladen Auch da ist der Eintritt frei am Donnerstag Ansonsten, unsere Veranstaltung Findet man immer auf rockradio.de Das dazu Jetzt darf ich mich beim Publikum Bei allen, die Fragen gestellt haben oder auch keine Und so aufmerksam zugehört haben Bei allen, die damit was zu tun hatten Viele Gäste, viele bekannte Gesichter auch im Publikum Darf mich auch nochmal Das hatte ich eingangs gar nicht erwähnt Wir haben noch eine Persönlichkeit aus der Die bekannte Choreografin und Tänzerin Vielen sicher noch bekannt Und mit der werden wir uns auch mal unterhalten Da gibt es glaube ich auch ein schönes Programm Ob das hier passt, sie hat es ja nun heute erlebt Vielen Dank fürs Kommen Ich kann sie nicht alle erwähnen Erwähnen, freue mich über den schönen Besuch Über unseren schönen Abend Wir haben ja gleich es so gelegt Dass wir hinten raus ein bisschen Frei waren Bei der ganzen Geschichte Für mich war es ein toller Einstieg in die Wir wollen ja jetzt auch Wirklich regelmäßig hier Lesungen machen Und Danke vor allem Wolfgang Kohlhase Vielen Dank Ja Wolf und wir danken dir Dass du das hier ermöglicht hast Heute Das stimmt ja nicht ganz so Denn ich war ja auch noch nicht fertig Wenn wir bei den Danksagungen sind Natürlich unser Träger Unser Träger rockradio.de Ermöglicht es erstmal Mit dieser wunderbaren Sendereihe Jeden Dienstag hier Dass man es auch Wenn es jemand verpasst hat Der kann es am Sonntag Von 14 bis 16 Uhr Auf rockradio.de Wer es sich nicht merken kann Fotografiert es sich bitte ab Das Poster Noch mal nachhören Man kann es auf dem YouTube-Kanal von rockradio.de Kann man es sich nochmal ansehen Das wird ab sofort Jetzt muss ich da nochmal fragen Klaus Ab wann? Ab sofort Also in einer halben Stunde Man kann es nochmal Man kann es nochmal Und So wie die anderen Sendungen Eine besondere Reihe Zu unserem Jubiläum Wir machen jeden Mittwoch Im Soda Club In der Kulturbrauerei Unser 30 Jahre Speiches Rock'n'Bloose Kneipe Festival Erst im Sommer Jetzt drinnen Auch das finden Sie alle dort Und Jetzt sage ich ja nun doch Das Schlusswort Also nochmals vielen Dank Und bleiben Sie uns treu Kommen Sie wieder Und Haben Sie Freude Bleiben Sie schön gesund Und Ja Danke an alle Ja So du bleibst mir noch Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Sonnenschein Diese Nacht Bleib dir verborgen Doch du darfst Nicht rarig sein Guten Morgen Sonnenschein Nein Du darfst Nicht rarig sein Guten Morgen Sonnenschein Weck mich auf Und komm herein Alles kannst du ja sehen Auf dieser Erde Auf dieser Erde Doch nun ist es geschehen Dass ich auch ohne dich Glück nicht werde Die allerschönsten Stunden In meinem Leben In meinem Leben Hab ich Furcht noch gefunden Du hast geschlafen So ist das eben Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Sonnenschein Diese Nacht Bleib dir verborgen Doch du darfst Nicht rarig sein Guten Morgen Guten Morgen Denk mich auf Und komm herein Und auf deinen Sonnenstrahlen Tanzen meine Träume Bis zum nächsten Mal Jetzt